Visual Basic ist eine mächtige Programmiersprache, die es dir ermöglicht, in Excel automatisierte Aufgaben auszuführen. Eine sehr häufige Aufgabe ist das Prüfen, ob ein bestimmtes Tabellenblatt in einer Arbeitsmappe bereits vorhanden ist. Und genau dieses Thema sehen wir uns nun gemeinsam an. Wenn es nicht vorhanden ist, das Tabellenblatt, möchtest du vielleicht ein neues Blatt erstellen oder auf ein anderes Blatt verweisen. In diesem Video werden wir besprechen, wie du mit VBA überprüfen kannst, ob ein Tabellenblatt in einer Arbeitsmappe bereits vorhanden ist. Und jetzt starten wir los. Um mit VBA in Excel zu überprüfen, ob ein Tabellenblatt bereits vorhanden ist, musst du folgende Schritte ausführen. Ich habe dazu Microsoft Excel geöffnet und möchte überprüfen, ob ein zweites Tabellenblatt, welches wir Test nennen, durch Visual Basic überprüft werden kann, ob es vorhanden ist. Dazu wechseln wir im Menü in die Entwickler Tools und dort gibt es den Bereich Visual Basic und das öffnet für uns ein neues Modul. Anschließend erstellen wir nun ein neues Modul. Dazu führe ich einen Rechtsklick aus, gehe auf Einfügen und dann Modul. Wir sehen auch hier die Tabellenblätter Tabelle 1, Tabelle 3, welches aber als Namen Test führt. Nun haben wir unser Modul erstellt und werden darin unseren Programmiercode einfügen. Ich habe diesen Programmiercode auch unter diesem Video in der Beschreibung beigefügt. Nun nehmen wir folgende Funktion und zwar eine Funktion Worksheet exists und einen Parameter und zwar das Tabellenblatt und das als String. Nun, wenn das übergeben worden ist, führen wir die entsprechende Funktion durch, um zu überprüfen, ob denn der Name leer ist oder nicht. Als nächstes gebe ich noch ein neues Makro hinzu. Das kann ich mit starten und im Anschluss als Test Tabelle erstellen lassen und habe nun eine Makro Funktion, in der ich eine ganz einfache Abfrage durchführe und zwar ob das Test Datenblatt vorhanden ist oder nicht. Als Ergebnis erhalten wir entweder Tabellenblatt gefunden oder Tabellenblatt nicht gefunden. Nun kann ich das ausführen, indem ich mit Start klicke und erhalte nun als Ergebnis Tabellenblatt gefunden, da auch tatsächlich dieses Tabellenblatt mit Test vorhanden ist. Würde ich hingegen statt dem Test, Test 1, 2, 3, nach diesem Tabellenblatt suchen und ausführen, so erhalte ich nun die Rückmeldung Tabellenblatt nicht gefunden. Bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und ja, das war's. Du kannst jetzt einfach überprüfen, ob ein Tabellenblatt in deiner Arbeitsmappe bereits vorhanden ist, indem du die unbeschriebenen Funktionen einfach durchführst. Falls du Fragen dazu hast, dann lass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!